Was geht, Leute? Mein Name ist Eddie Jess, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute ist wieder zurück bei Dealers Life. Wieso trage ich auch mein Headset, obwohl ich das am Anfang gar nicht brauche? Nun, für die Leute, die es nicht wissen, die meisten sollten es wissen, aber hier geht es darum, Menschen zu verarschen. Wir kaufen ihre Sachen billig und verkaufen sie teuer. Okay, ganz simpel, mehr muss ich nicht sagen. Das ist nicht die erste Folge, das will ich damit sagen. Nun, beim letzten Mal hatte ich versucht, irgendeinen Penner auszurauben, aber wir haben ihn einfach weggeschickt. Ich meine, er wollte 1500, hatte nicht mehr eine Waffe dabei. Soll er sich jetzt eine Waffe besorgen, okay? Die konnte er sich wahrscheinlich nicht leisten. Ich wette, mit euch, hätte ich ihm die Tausende Frate gegeben, die er haben wollte, hätte er sich von dem Geld eine Waffe geholt, weil davon kann man sich eine Waffe holen. Auf jeden Fall, lasst es fest, also... Nun, jetzt weißt du Bescheid. Und dann wäre er zu mir gekommen und hätte mein restliches Geld genommen. Nee, 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 deswegen habe ich ihm gedroht, hey, wenn du dich nicht sofort überpisst, dann rufe ich die Polizei, du Arschloch. Yeah, das ist richtig. Also, wenn er eine Waffe gehabt hätte, hätte ich mir das überlegt, aber das Spiel würde mich doch nicht so sterben lassen, oder? Ich meine, komm schon, Leute, ich kann doch nicht einfach so sterben, das Spiel kann doch nicht einfach so enden. Den Dermischer schießt, das wäre ziemlich blöd. Aber ich bin gespannt, was für Leute noch dazukommen, weil ich meine, es kommen die verschiedensten Leute mit den komischen Namen zu uns. Und mittlerweile werde ich das gar nicht mehr vorlesen, was sie zu mir sagen, weil die mich alle nur nerven. Und ich die im Endeffekt eh nur verarsche und aus den Leuten, die zu mir kommen und die Sachen bei mir verkaufen und mir, wir waren keine Freunde. Sie sind nur meine Objekte, mit denen ich Geld verdiene. Das klang hart, ich weiß. Naja, aber das Spiel ist ziemlich cool, vor allem am letzten Mal habe ich echt herausgefunden, wie man viel besser in dem Spiel ist. Und ich habe gleich die nächste Folge danach aufgenommen, Leute, weil ich bin einfach so gepumpt. Es macht einfach super viel Spaß, vor allem, wenn man weiterkommt, vor allem, wenn man in den ersten Videos nicht weitergekommen ist und jetzt auf einmal so viel, so schnell weiterkommt. Das ist der Wahnsinn. Ich liebe es absolut. Ich liebe es so sehr, dass ich mal wieder nach längerer Zeit den Schulterdanz machen werde. Drei, zwei, eins. Ich weiß, ihr habt ihr all vermisst. Falls du es aber nicht getan hast, soll es unten kostenlos abonnieren, auf keine Videos mehr zu verpassen. Und falls du was getan hast, sagt dir die Glocke, dann wirst du mal nachrichtig, sobald ich das Video hochlade und du gehörst die Glockenengang. Kapatt, Glockenengang. Das Video würde ich sagen, wir machen ganz normal weiter und jetzt kann ich deine Kopfe da aufziehen. Ah ja, und wenn du öfters mal wie mich am Tag sehen willst, dann lass jetzt einen Namen da und ich lade so schnell wie möglich das nächste Video hoch. Nun, es gibt aber eine Sache, die können wir machen, um weiterzukommen und zwar überspringe die Animation für den ersten Kunden des Tages. Das ist geil. Ich glaube, ich mache das. Das gefällt mir. Ich mag das, okay? Deswegen, ich würde sagen, weiter geht's. Verkaufen bei Auktionen. Yeah, das ist gut, Leute. Das liebe ich. Ah, das habe ich schon das letzte Mal gemacht, ne? Ja, ich habe den Ring genommen, genau. Okay, den Ring verkaufen wir. Wir haben einen neuen Laden. Ah, wir haben da nur einen Gegenstand. Aber ist okay. Schau euch mal, ist das der neue Laden? Oh nein, warte, stopp. No, ich bin wieder hier. Ich habe doch beim letzten Mal einen neuen Laden geholt. Oh nein, was ist geschehen? Es ist ein Scherz, er hat sich gespeichert. Du willst das hier holen? Wie willst du mir dafür zahlen? Ganz ehrlich, der Zustand ist eh schlecht, also... Ja, ich würde sagen, wir machen es, Leute. Ich weiß jetzt, wie das Spiel geht, auf jeden Fall. Der ist ungewöhnlich und schlecht. Wer hat 200, ja, ungewöhnlich schlecht. 225, mit sowas brauche ich gar nicht mehr zu dealen, Leute. Ist hier zu billig. Das hat guten, also das ist Zustand gut. Wisst ihr was? Das gefällt mir. 235. Ah, abgemacht. Das gefällt mir. Zustand gut ist immer gut. Denn wir haben fast 100.000 bis jetzt verdient. Insgesamt. Kann ich mir nochmal den Laden holen? Komm schon. Das ist doch nicht wahr, oder? Oh, das ist so ärgerlich, Leute. Kaufe bei Auktionen, das ist richtig geil. Oh, was haben wir hier? Selten schlecht. Ja, das ist schrecklich. Das will ich mir nicht holen. Aber das hier fiel... 930? Okay, das ist aber selten. Ich werde einfach mal draufklicken, Leute. Ich glaube, die Münze könnte eine Menge wert sein. Also mit ein bisschen mehr Glück könnten wir in der Lage sein, das hier zu holen, oder? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich will nicht zu viel Geld dafür investieren. Es ist halt immer noch nur eine Münze, ne? Darf man nicht vergessen. Aber alte goldene Münze hergestellt in 1980. 1969, Leute. Für Sammler, perfekt. Sowas ist für Sammler so gut. Ich will das haben. Hört auf, vor mir zu bieten. Geht doch. Goldene Rüstung. Wie teuer ist die? 400. Ganz ehrlich, für 400 würde ich auch holen. Aber Zustand, schrecklich. Hey, ich stelle jetzt 2005. Nee, dann lieber nicht. Was soll's. Nächster Tag. Das ist damit gemeint. Uh, schaut euch mal, wer da ist, Leute. Der hässlige. Du willst was holen? Du willst das Spiel holen. Hey, Zustand ist gut. 420 machen wir mal 500. Okay, geizig. 500, komm schon. Hallo. Ich habe gesagt 500, oder? Ja, das geht doch. Sehr schön. Was hast du, du Penner? Mein Gott, dieser Lahn stinkt. Wann willst du dieses Ratenloch mal putzen? Was willst du, Randall? Ich habe gerade meinen ersten epischen Gegenstand ergattert. Wunderschönes Teil. Ich wette, deinen Laden wird so einen seltenen Schatz nie zu sehen bekommen. Wette angenommen. Es wird ein Vergnügen, dich kläglich verlieren zu sehen. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Ich habe doch schon einen epischen Gegenstand gehabt. Oh, du willst mir Roboter verkaufen? Das ist geil. Wow, ungewöhnlich gut. Ja, will ich holen. Ja, ich zahle so viel. Yeah, nice. Meins. Jetzt kommen wir richtig weit voran, wenn wir nicht immer alles vorlesen. Das ist so geil, Leute. Ich bin so glücklich. Wirklich. Mal schauen, gibt es ein Geschäftslokal? Das können wir ja nicht holen. Nicht genug Geld. Auch nicht holen. Wie viel brauchen wir dafür? 50.000. Haben wir sogar fast. Oh, das wäre so gut gewesen. Bekanntheitsgrad 3 wäre das. Oh, ich würde mir das so gerne holen. Oh, mein Gott. Aber Leute, wir könnten ja theoretisch, auch das hier wäre besser, Charisma und so, ne? Das würde meinen Bekanntheitsgrad erhöhen. Lasst uns das mal machen. Das wollen wir verbessern. Menschenkenntnis oder Charisma? Hm. Wir können mit Charisma Fälschung verkaufen. Will ich aber gar nicht, ehrlich gesagt. Habe ich nicht nötig, okay? Fälschung leichter erkennen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Oder Glück. Hm. Glück ist auch geil, Leute. Man kann nie wissen. Ich glaube, ich würde besser... Ja, ich würde besseren Menschenkenntnis, würde ich sagen. Ja. Ist teuer. Aber neues Room-Level reicht. Glückwunsch, deine Beliebtheiten sind weiterhin zu. Immer mehr Kunden werden zu deinem Geschäft kommen. Und weitere wertvolle Schätze zu verkaufen. Yes. Geil, Leute. Wir haben jetzt Auszubildende. Das ist richtig geil, Leute. Wir sind sogar talentiert. Ich liebe mein Leben gerade. Endlich bin ich talentiert. Ein... Hi, Sir. Äh, ach so, du willst nichts... Ah, ich bin immer so verwirrt, weil die auf einmal so schnell kommen. Aber das finde ich eigentlich besser. Das ist ein Tomb Raider. Oh mein Gott, aber... Ja, schrecklich. Nein, nicht in das jetzt. Pass mehr auf deine Sachen auf, bevor du zu mir kommst. Eine Kette. Ist das legendär? Nee, schrecklich. Nein, nein, nein. Ah, was hast du hier? Legendär gut. Oh mein Gott. 71.000. Ich gebe dir alles. Ich gebe dir alles, was ich habe. Komm schon. Komm schon. Gehörnwäsche. Ich gebe dir alles, was ich habe dafür. Komm schon. Oh mein Gott. Habe ich Glück geskillt? Nein, ich habe nicht Glück geskillt, ne? Ich bin eine Schande. Eine Schande. Du willst mir sowas verkaufen? Gut, selten. Das ist gut. Nur du willst ein bisschen viel Geld dafür. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen zu viel. Aber es ist selten. Also... Was ab... Du bist Sammler. Uh. Okay. Ähm... Akzeptiere ich. Ja. Obwohl. Ich meine, es ist selten. Also es ist auch so ein Zustand. Gut, ja. Doch, das mache ich auf jeden Fall. Das gefällt mir. Du willst was holen? Selten. Oh, ich habe so viel gezahlt dafür, ne? Ja. Verkaufen wir es mal für viel, viel, viel. Bist du Sammlerin? Du bist Sammler, oder? Nein. Du bist aber kompetent. Ah. Okay, abgemacht. Sehr schön. Groß 800 insgesamt. Gefällt mir. Ein Schwert willst du mir verkaufen? Schrecklich. Nicht interessiert. Bye. Nächster. Okay, der hat eine goldene Zahl. Das heißt, er ist reich. Gewöhnlich gut. Ja, komm, verhandeln wir mal. Ich gebe dir dafür 530. Wundervoll. Leute, mir gefällt das. Mir gefällt das so extrem, was hier abgeht, ey. Ich bin da der Happy, okay? Einfach nur happy. Siehst du, wie happy ich bin? So happy. Ich kann nicht glauben, wir wären jetzt schon im neuen Laden gewesen. Aber ist okay, Leute. Was soll's. Dafür habe ich trotzdem mein Bekanntheit... Oder beziehungsweise... Ja, mein Bekanntheitrat ist höher gegangen. Schlecht? Nein. Nicht interessiert. Versteigerungsergebnis. Denn Silberring wurde bei einer Auktion für... Minus 80. Mann, diese Auktionen sind beschissen. Das ist so beschissen. Ich will da gar nicht mehr mitmachen. Das ist echt beschissen, Leute. Was soll ich sagen? Nächster Tag. Dann lass mal sehen. Du willst das hier holen. Okay, ich hab 530 dafür gezahlt. Ja, das ist ganz gut, würde ich sagen. Du kannst mein Angebot akzeptieren. Das ist eine gute Einstellung, Bro. Nächster Tag mal wieder. Oh, Leute. Ich bin so... Oh, das ist... Das ist... Ja, es ist zwar geil, aber... Nicht gut genug, leider. Es tut mir leid. Was haben wir hier? Ha. Zustand gut. Hey. Immer Zustand gut. Ja, gut. Ich kaufe es dafür. Ist okay. Was hast du? Selten gut. Selten gut. Das willst du holen, ne? Ja, aber ihr merkt auf jeden Fall, dass es nicht so teuer ist. Na gut. Verkauft. Sehr schön. 150 ist in Ordnung. Dronen. Seht ihr, wir machen die jetzt richtig schnell, Leute. Nicht interessiert. Nächster Tag. Bam. Seht ihr, wie schnell das geht? Episch. Nur theoretisch, wenn wir es noch besser spielen wollen, dann sollten wir drauf achten, wie die Leute sind. Aber, ja, das dauert halt sehr lange, mal bei jedem Einzelnen zu analysieren. Wir haben mal Berater, Geschäftslokal vermieten. Uh, ja, ich werde es tun, Leute. 7000 kostet mich das. Aber, bei welchem Tag sind wir? Tag 1. Ich mach's, Leute. Ich mach's. Mieten und umziehen. Gratulation, du bist gerade ein neues Geschäftslokal umgezogen. Das gefällt mir. Genau das wollte ich. Mehr wollte ich gar nicht in meinem Leben. Genau das wollte ich. Verkaufen wir bei Auktionen. Wir können Sachen verkaufen. Lasst uns einfach mal das hier verkaufen. Das ist richtig. Ich bekomme wieder Minus dafür. Das wäre ärgerlich. Ich weiß gar nicht, ob Auktion so gut ist. Vielleicht ist Auktion eher so, wenn wir etwas gar nicht verkaufen können. Dass wir erst dann verzweifelt da rein tun. Aber, nächster Tag. Du willst mir Stühle verkaufen. Sehr gut. Gewöhnlich. Verhandeln. Hm. 84? Ja. Das gefällt mir. Das ist echt nicht viel. Also, die Leute kommen auf jeden Fall öfter zu mir her. Das steht fest, Leute. Definitiv. Comic-Buch. Wie viel willst du dafür haben? Lass uns verhandeln. Du willst, ähm, ich geh ein bisschen runter auf jeden Fall. So viel. 1600. Nein, bye. Nächster. Fidget Spin it. Sehr gut. Ja, aber nein, nein, nein. Das ist zu billig, Leute. Episch. Uh, verhandeln. Du willst 7000. Ich gebe dir 1400 dafür. Komm schon, 1400, Bro. Komm schon, Bro. 1400. Lass mich nachdenken. Nochmal. Gehören wir schon. Ich probiere es nochmal, Leute. Komm schon. Hätte klappen können mit ein bisschen Glück. Hätte ich mir Glück gehabt, dann bestimmt. Du willst was holen? Ein Dier-Loboter willst du holen. Lass uns verhandeln. Das mal sehen. Ähm. Ja, gehen wir ein bisschen höher. 1800. Sehr schön, Leute. Gefällt mir. So, der Nächste. Du willst Skateboard verkaufen? Ungewöhnlich schlecht. Nee, sorry. Nicht gut genug. Und du willst eine... Wow, selten gut. Verhandeln wir. What? Komm schon. 3000. Gehören wir schon nochmal. Komm schon, bitte. Ich weiß nicht. Komm schon. Ah, schade. Ich hab nicht mehr Geld, leider. Das ist das Ding. Also, ja. Was soll ich? Irgendwann wird mein Laden so erfolgreich sein, dass wir alles bekommen, was wir wollen. Kaufe bei Auktion. Das gefällt mir, Leute. Lass mal sehen. Schlecht, schlecht. Alles schlecht. Das hat aber einen guten Geschätzenwert. Lass mal sehen, Leute. Für wie viel wir das holen können. Wieso hat alles immer Zustand schlecht? Das ist so nervig. Können wir das holen? Für unter 2200 würde ich das holen, Leute. Das steht fest, okay? Unter 2200. Komm schon. Wenn wir über 2200 sind, werde ich das nicht holen. Definitiv nicht. Yeah, nice. Wir haben es bekommen. Wundervoll. Sofa. Ja, okay. Lassen wir es so, Leute. Okay, nice. Weiter geht's. Nächster Tag. Verkaufst du mir das hier? Nee, nee. Obwohl, wir sollten ein paar Sachen holen. Das stimmt. Wieso eigentlich nicht? Wir sollten echt Passe haben, Leute. Definitiv. Wir haben eh nicht so viel Geld gerade. Das ist das Problem. Dafür habe ich noch 480 gezahlt. Lass uns verhandeln. Ich will dafür 930 haben. Komm schon. Sehr gut. Boah, das gefällt mir, Leute. Das gefällt mir. Wir haben zwar weniger Geld. Wir müssen uns aber bedanken. Jetzt kommen wir viel mehr Kunden. Also, wir hatten davor zwar mehr Geld. Aber jetzt sind wir viel populärer. Und viel geiler einfach, okay? Viel mehr Leute kaufen auch Sachen. Du willst was holen? Selten. Schlecht. Ich habe dafür so viel gezahlt. Lass uns verhandeln. Ich will dafür, ja, 3000 haben. Wow. Seht ihr, wir haben schon wieder 5300. Wir müssen aber Sachen holen langsam. Ja, wirklich schlecht. Lass uns verhandeln. Wisst ihr was? Solange wir unter dem geschätzten Wert sind, ist alles gut. Wir sollten mehr Sachen holen. Das steht fest. Hier, geschätzter Wert 250. Wir können verhandeln. Wir gehen unter 250. Das sollte okay sein. 310. Verpiss dich. Meister verstehe ich nicht, was Leute von mir wollen, ehrlich gesagt. Aber, naja. Nächster Tag. Weiter geht's. Wir brauchen die Kohle. Okay. Die ganze Kohle soll mir gehören. Tische willst du verkaufen? Schlecht. Nein. Das ist alles den gewöhnlichen Sachen. Kauf ich ungern. Selten. Oh mein Gott. Ich geb dir all mein Geld. Ich geb dir all mein Geld. Ich geb dir all mein Geld. Oh mein Gott. Gehörnwäsche nochmal. Ich geb dir all mein Geld, Bro. Bitte. Bitte. Schade. Das wär so ein geiler Deal gewesen. Meister braucht man einfach Glück in dem Spiel, Leute. Ein Skateboard. Lass mal sehen. 1.300. Geschätzter Wert. Ah, nee. Verkaufe ich das oder? Nee. Das kauf ich, ne? Das ist ein guter Preis. Ich geb dir immer noch ein bisschen tiefer, immer. Okay. Immer ein bisschen tiefer. Ja, sehr schön. Seht ihr das? Das meine ich. Lohnt sich. Du willst was holen? Die Waffe. Ich hab dafür 205 gezahlt. Wieder ein bisschen hochgehen. Das ist immer geil. Auf Dauer wird das viel mehr Geld geben. Das ist echt gut, Leute. Ohrringe. Schlecht. Also, da sie schlecht sind, würde ich noch tiefer gehen, auf jeden Fall. 570. 580. Abgemacht. Seht ihr? So verhandelt man. Versteigerungsergebnis. Deine Schreibtischmaschine wurde bei einer Auktion für 270 verkauft. Plus 35. Ey, immerhin war das jetzt ein Plus, Leute. Das gefällt mir. Sehr gut. Weiter geht's. Ein Skateboard. Elektrische. Selten. Hey, das ist geil, Leute. Aber Zustand ist leider schrecklich. Also, Gehirnwäsche. Bist du so ge... So bist du Sammler, ne? Okay. Lass uns 700 machen, ist okay. Was soll's, Leute? Du hast sowas selten gut. Uh. Was bist du für ein Typ? Steht gar nichts. Weißen steht da halt nix. Wie viel soll ich ihm dafür geben? Ich gebe ihm 5 dafür. What? Na, ich gebe... Okay, ich gebe jetzt... Ich versuch mal mit 2000. Okay, auch wenn's jetzt dauern wird. Oh Gott. Wieso dauert es mal so lange? Das ist echt frustrierend, Leute. 2000 gebe ich dir dafür. Ja. Mehr hätte ich auch nicht dafür investiert. Gewöhnlich gut. 570. Es ist halt nur gewöhnlich, ne? Ich gebe dir so viel. Yeah, nice. Gut, sehr schön. Lass mal sehen, wie ist mein Bekanntheit? Ich bin jetzt gerade aus. Talentiert. Auszubildender 12,15. Wenn wir also nochmal Charisma verbessern und Glück auch noch verbessern, dann sind wir von Talentiert. Kommen wir auf die nächste Stufe. Das wäre richtig geil, Leute. Okay. Let's go. Nächster Tag. Du bist neu. G-Morgen. Was? Ein Freund sagte, dass du deine Sicherheitssysteme reparieren musst. Gib mir ein paar Dollar und ich werde es übernehmen. Danke, aber nein. Hach. Bist du dir da sicher? Ja, tschüss. Was für Sicherheitssysteme, du Lappen. Entweder wollte ich mich verarschen oder ich hätte wirklich ein Problem. Eine Uhr. Ungewöhnlich schlecht. Ist aber einiges wert, also ich gebe dir dafür 390. Hm, 390. Oh, ich habe sie aus Versehen rausgeschmissen. Das ist aber eine Schlimme, Leute. Hat sie verdient, die dumme Sau. So selten schrecklich. 14.000. Ich würde sagen, wir probieren sie aber mit Glück, oder? Nein, Glück. Komm schon. Na, das wird nichts. Das wird nichts. Das wird nichts. So wird das nichts. Du willst sie hier holen? 570 habe ich da wohl gezahlt. Wir gehen schön nach oben. Ja, mindestens 900 will ich haben. Okay, dann nehmt dich. Was soll's? Monatliche Kosten habe ich bezahlt. Okay. Verkauf bei Auktionen. Ja, soll ich da irgendwas verkaufen? Eigentlich nicht. Das ist okay. Ich muss da nichts verkaufen. Ich bin komplett zufrieden. Weiter geht's. Wir wollen reicher werden. Okay. Nein, nicht interessiert. Nächster Tag. Seht ihr, manche Tage ist einfach grausam. Also, der erste Tag in der Woche, da ist nie was los. Nie. Aber jetzt ist auch nichts los, ne? Ich hab 700 dafür gezahlt. Ich will 2000... Nein. 2600... Nein. Oh, mein Gott. Okay, bekommst du es. Meinetwegen. Du hast gewonnen, okay? Du hast gewonnen. Was soll's? Wir gehen sofort in den nächsten Tag in die Apparatur. Geschäftslokal. Ne, wir gehen sofort zum nächsten Tag. Uh, selten. Geschätzter Wert. Das ist gut, Leute. Ich bin interessiert. Ich bin sehr interessiert. 1100. Mmh... Okay, das mach ich. Das mach ich. Ist okay, Leute. Das ist viel wert. Es lohnt sich, okay? Vor allem Verkaufszeit. Verkaufszeit. Eikaufsboom hat bekommen. Du kannst dir sicher sein, dass während der nächsten Wochen die Geschäfte von Kundenhorn überrand wären. Du wirst 50% mehr Kunden halten. Oh, mein Gott. Das ist episch. Oh, yeah. Oh, yeah. Jetzt kommen mehr Leute. Ich liebe mein Leben. Kauf über Auktionen. Das ist aber auch gut, Leute. Kann ich mir auch was holen? Ich hab zu wenig Geld für alles. Ich hab halt echt zu wenig Geld. Aber wenn jetzt mehr Leute kommen... Was willst du holen? Das hier. Lass es vorhandeln. So viel willst du mir geben? Bist du Sammler? Nein, du bist auch kompetent, ne? Na gut, ich nehm 5600. 5600. Ja, ich hab 2100 gezahlt. Ganz ehrlich. 5100. Okay. Nice. Plus 3000. Das war ein geiler Deal. Mit einer Sache plus 3000. Das, was manche nicht mal im Monat verdienen, verdiene ich. Mit auch nur einem Gegenstand, Bro. Das Gewerbe zu holen. Lass es vorhandeln. Das ist geil, Leute. Ich liebe mein Leben. Oh, ich liebe mein Leben. Was willst du holen, hä? Skateboard. Lass es vorhandeln. Oh, schön weit nach oben geben. Schön weit nach oben. Und... Sehr schön. Nächster. Oh, die Money fließt rein. Sehr gut gewöhnlich. Lass es vorhandeln. Ja, das ist ein guter Preis. Sehr schön. Sehr schön. Ich liebe mein Leben. Ich liebe es. So, ich bin so happy gerade. Wirklich. Absolut happy. Bald kann ich wieder meine Schattestinke verbessern, Leute. Vielleicht sogar noch diesen Part. Das war richtig geil. Was haben wir hier? Ein Buch. Naja, leider sehe ich nicht, wie... Wie wert das ist. Was ist es überhaupt? Ungewöhnlich schlecht. Hm. Ne, nicht interessiert. Sorry. Irgendwie nicht interessiert. Was soll ich sagen? Du willst das hier holen? Verhandeln? Ich sage, der Teppich... Oder was auch immer das sein soll. Ist so wie wert. Ne, ne, ne. Nein! 710. Ah, dann machen wir doch mal, Leute. Sagen wir 800. Er ist 800 wert, okay? Komm schon. Ja, sehr schön. Oh, 720. Ja, ist okay. Er hat trotzdem mehr. Wir haben mehr bekommen, als er wert war. Eine Brille. Episch sehr gut. Das will ich haben. Episch sehr gut. Das will ich definitiv haben. Ich gebe dir so viel. Yeah, nice. Perfekt, Leute. Uh, episch gut. Fälschung. Polizei. Polizei. Gratulation, die Polizei hat deine Kundenverwaltung und Untersuchung festgenommen. Dein Ansinn ist gestiegen. Yes. Was für ein Wichser hat mich versucht, einfach zu verarschen. Schämt er sich nicht? Der Lappen. Leute, so macht das Spiel Spaß. Ich merke langsam, es geht richtig geil. Du bist im Bedarf, eine Fälschung zu verkaufen. Wenn dein Kunde es herausfindet, wird er die Verhandlung sicher scheitern. Außerdem sei vor, dass die Kompetenz hat, dein Kunde ist und mir... Okay. Verstehe. Ich will den Tipp nicht mehr erzeigen, aber das ist eine Fälschung, ne? Hmm. Lass uns verhandeln. Ja, ich verkauf's dir sofort. Hmm. Du hast erfolgreich sein Deal von 100 gemacht. Dies ist leider eine Fälschung, sobald werden Leute davon erfahren. Ha, ja. Fälschungen sind auf Dauer beschissen. Das ist das Problem, Leute. Aber du willst das hier holen. Das ist keine Fälschung. Das ist das Gute. What? What? Weiter hoch, Bro. Mindestens 530. Geht doch. Geht doch. Oh, du bist da. Kein epischer Gegenstand in sich. Erinnerst du dich an? Unsere Wette dieses Mal gehört der Sieg mir. Sieg genau hin. Oh, verdammt. Warum zum Teufel habe ich mir nie angesehen, was du mir anbietest. Ich habe die Wette gewonnen. 6.000. Du übertriffst meine Erwartungen, aber ich lasse mich nicht einschüchten. Ich bin bald zurück mit einer neuen Wette. Dann gehört der Sieg mir. Wenn du das sagst... Das ist episch, Leute. Einfach nur episch. Ich glaub's nicht. Ich glaub nicht, was hier dann abgeht, Leute. Ich glaub nicht, was hier abgeht. Verifizierte... Verzierte Vase. Okay. Das ist interessant, tatsächlich. Ähm... Nee. Ich bin nicht interessiert, leider. Ist du mir leid. Du willst das hier holen? Lass uns verhandeln. Ja. Geh mir auch ein bisschen höher an. Ich meine, sehr gut. Komm schon. Komm schon. Ja. Okay. So viel. Nice. 1140 für mich. In meiner Tasche. Du willst mir das verkaufen? Legendär gut. Wow. Wow. Ich geb dir all mein Geld. 16.000. 16.000. Geh mir noch mal. Ich probier's noch mal. Ich probier's noch mal. Nein. War ja klar, dass es nix wird. Willst du mir das verkaufen? Das ist... Ja. Polizei, würde ich sagen. Ne. Bye. Sehr gut. Das steigt mal an. Ansehen, Leute. Ring. Legendär. Sehr gut. Lass uns verhandeln. Komm schon. 16.000. Ich geb dir all mein Geld. Ich wollte dir all mein Geld geben. Wie konntest du nur? Verkaufen bei Auktion? Nee. Brauch ich nicht. Brauch ich nicht. Brauch ich nicht. Brauch ich nicht. Kaufen bei Auktion finde ich gut, aber Verkaufen nicht so gut. Selten sehr gut. 12.000. Oh yeah. Oh yeah. Wir können tief runtergehen, Leute. Damit können wir eine Menge Geld machen. Lass mal auf 6.800 gehen. Oh. Gehörnwäsche. Was ist sie? Sie ist geizig, ne? Ich geh runter auf 10.000. Bitte. 12.000. Ich mach's. Wir haben eine 12.000 Uhr geholt, Leute. Ohne selten sehr gut. Wie viel willst du? Das ist echt viel, ne? Ich geb dir 1.300 dafür. Okay, dann eben nicht. Bye. Das ist selten schlecht. Ich hab nicht genug Geld dafür, aber ich kann versuchen, dir so viel Geld zu geben. Klappt auch nicht. Wir haben aber einen Gegner, der 12.000 wert ist. Uh. Dein Neffe hat euch alle überredet, während das letzte Familientreffen Wingo zu spielen. Und du hattest sehr viel Glück. Dein Neffe lief weint und ohne ein Geld davon. Yeah. Ohne ein Geld davon. Das ist kein Deutsch, aber wir haben 376 bekommen, was Gute ist. Kaufen bei Auktionen. Ja, lass uns machen. Wir sind erst bei Tag 2. Und das bedeutet, dass wir keine Mitarbeiterkosten mehr haben werden. Wir holen... Was sollen wir holen? Wir holen das hier. Das gefällt mir. Lass mal sehen, ob wir es bekommen für wenig Geld. Aber Zustand schrecklich. Eigentlich nicht. Wisst ihr was? Nö. Nix interessantes dabei. Easy peasy lemon squeezy. Weiter geht's. Nächster Tag. Eine Trophäe bekommen wir hier. Okay. 375. Ja, das ist verhandeln. Ich geb dir weniger auf jeden Fall. Nein. Die kommt schon mit solchen Zahlen. Ne, mit der will ich gar nicht, Leute. Die kann sich verpissen. Ne, nicht in... Später hab ich gemacht. Ich wollte aber... Ah. Ungewöhnlich schlecht. Hm. Schlecht. Ja, da ist schlecht. Jetzt gehen wir auf 600. 950 bei. Nächster. Seht ihr, wie schnell das geht, Leute? Selten schrecklich. Uh. Selten, aber... Ich geb dir dafür, da es schrecklich ist. 1700. 1100. Okay. Mach ich. Deal. Wir haben ein Deal. Wollen Leute auch mal was kaufen? Wie wirst du für Leute mal was kaufen? Und nicht immer nur... Ihr wisst schon. Verkaufen. Wieder vier Kunden heute. Oh. Lass uns verhandeln. 14.000 ein Preis. Ich sage aber 18.000. 15.000? Nur 3.000 mehr. Okay. Akzeptiert. Wir haben wieder 16.000, Leute. Sehr schön. Du willst mir das hier verkaufen? Hm. Okay. Ich geb dir dafür... 400. Wie sieht's aus? Sehr schön. Nächster. Oh nein, ich hab's verkauft, ne? Das ging zu schnell. Ich hab verkackt, Leute. Das war nicht gut. So was darf nicht passieren? Du willst was holen? Uh. Okay. Zum Glück war das nicht bei so einem teuren Gegenstand. Wir verkaufen das aber. Ich will das für... 3.000. Hm. Warte mal. Fälschung. Das ist ne Fälschung. Gehörnwäsche. 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 Ja. Wir verkaufen es einfach, Leute. Easy peasy. Nice. Wir haben fast 20.000. Das ist geil. Ich hab wissen, dass das ne Fälschung ist, Leute. Ich kann nicht glauben, dass ich wirklich ne Fälschung gerade verkauft habe. Ich merk das vor allem nie. Du willst das hier... Du willst das hier... Ich will das holen, ne? Genau. Ich verkaufe das. Ja, das ist gut. Das ist auf jeden Fall... Das ist ein guter Preis. Gefällt mir. Ähm... Du willst das hier holen? Ja. 870. Machen wir von 900. Wundervoll. Wir haben fast 20.000. Oh mein Gott. Und ihr wisst, was das bedeutet, Leute. Passt auf. Wir gehen jetzt hier hin. Oh mein Gott. Wir holen Charisma. Ja. Nice. Und wir holen... Das hier. Oh... 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 Eine Sache. Wenn wir noch eine Sache verbessern, dann sind wir so geiler Beine. Unnormal wird das sein, Leute. Aber einen Tag machen wir noch. Einen Tag werden wir noch machen. Wow. Eine... Episch gut. 21.000. Ich geb dir dafür 3.500. Komm schon, Buddy. Komm schon. Ja, das wird nix, Leute. Das ist zu viel wert, leider. Äh, lass mal sehen. Episch schrecklich. Okay. Das ist wie viel? 7.000. Ich geb dir 3.000 dafür. 3.000. Ich hab nicht mehr. Ich hab nicht mehr. Gehörnwäsche. Wir probieren's nochmal, Leute. Was soll's? Und? Okay. Kacke. Aber das müsste okay sein, würde ich sogar sagen. Aber nun, Leute. Das war's für das Video. Wir haben jetzt wortwörtlich so viel bekommen. Verkaufszeit. Das ist auch richtig geil, Leute. Wir haben so ein Einkaufsboom-Date stattfindet. Und, äh, ja. Ich mein, schau dir das mal an, wie wunderschön das aussieht. Wir sind neue Auszubildende. Aber, ein Stern mehr. Und dann sind wir nicht mehr Auszubildender, sondern was anderes. Was richtig geil ist. Da freu ich mich schon auf. Also, für mehr davon lasst du noch oben. Da unten solltest du kostenlos abonnieren, um keine Videos mehr dazu zu passen. Falls du's getan hast, sagt dir die Glocke da unten. Dann wirst du benachrichtigt. Sobald ich das Video lade, unten ist die Glocke, ey. Einfach Flocken, ey. In den Beschreibung für das neue Merch und mein Instagram. Und ich seh dich im nächsten Video wieder. 3, 2, 1. Bye, bye. Danke für das für eine Schau des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du's mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also, klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und, weil du's nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Videocontents. Und, wenn du schon abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber, danke fürs für's für eine Schau und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.